Hallo Leute, willkommen bei Minecraft Freiheit. Ich war gerade schon überlegen, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe, aber ich bin jetzt hier. Es ist heute, ähm, Samstag? Ich lade das Samstag hoch, also ist heute Samstag. Ich habe ja gesagt, am Freitag hört die Wahl auf und da heute theoretischerweise Freitag ist, aber praktischerweise Samstag, werden wir jetzt mal hier das Ganze auszählen. Wir haben ja, oh, sag mal, ich habe das Gefühl, die Stimmzettel bleiben, also das ist die selbe Anzahl an Stimmzetteln immer und es bleibt immer gleich, aber die Bücher werden immer weniger. Eine Schande, wer da denkt, dass irgendjemand die Bücher da klaut. Na 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 na. Sorry, wenn das heute ein bisschen so nicht so richtig flüssig ist. Ich habe gerade eben außersehen eingestellt, dass ich nur mit 30 FPS aufnehme, worum auch immer. Ähm, und ich habe heute, oh, warte, hier sind die Weidinger. Ich habe heute auch schon, wo sind die restlichen Weidinger? Nein. Nein. Lock, du Monster. Lock, du Monster. Haha, jetzt darf ich jedes fucking Buch durchgucken, ob das ein Wahlzettel ist. Lock, warum machst du sowas? Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ganz unten kommen die Wahlzettel rein. Also, wir lesen jetzt mal hier durch. Ich wähle Lord Palle. Okay. Lord Palle. Ich nenne den mal LP, okay. LP 1, also eine Stimme für Lord Palle. Jetzt kommt das zweite Buch. Timbo. Also, ich denke, ich werde mal... Oh, hi. Oh, Nobby ist da. Was geht bei dir, Nobby? Ich werde das, glaube ich, jetzt mal so offscreen machen und offscreen die Stimmen zählen. Ähm, ich kann es ja mal kurz hier zeigen. Hier haben wir Timbo, da haben wir Nobby, da haben wir Ben, da haben wir Timbo. Da haben wir Timbo, da haben wir Timbi und Ben, Timbo und so weiter und so fort. Also, wir haben ja einiges. Ich muss gerade mal gucken, ob hier irgendwelche Topfit sind. Äh, das mache ich aber am besten offscreen, Leute, damit es nicht zu langweilig wird. Ich werde euch am Ende des Videos dann die Ergebnisse schreiben, beziehungsweise in die Kommentare unten rein, werde ich das anpinnen, die Ergebnisse der Wahlen. Dann, schon mal herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der gewählt wurde und an die anderen, die nicht gewählt wurden. Ihr müsst euren, euren Wahlsprüchen ein bisschen irgendwie feilen und auch die Leute ein bisschen mehr beleidigen, wie zum Beispiel, oder nicht beleidigen, aber zum Beispiel, Niklas ist besonders. Keiner mag, ne, warte, Niklas ist anders. Keiner mag anders. Weißt du sowas, oder? Keine Ahnung, wie haben die geschrieben, Niklas mag Kinder, aber nicht so, wie ihr denkt. Ich meine, das ist eine Lüge, aber ich fand den Wahlspruch, also ich fand diesen Anti-Wahlspruch so geil. Unglaublich, Leute. Ach, Mann. Und ich habe jetzt meinen neuen PC mal getestet. Alter, der ist mit diesen ganzen M2 SSDs ultra fucking schnell. Aber irgendwie, ich muss jetzt leider die Skylands über meine externe Festplatte spielen, weil ich die mich nicht erkennen wollte, da ich das rübergezogen hatte. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Aber, es war flüssig, es war sehr cool. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. Der Prozessor ist brutal geil, da bleibt bei jeder Scheiß-Situation übelst gechillt. Ich denke, gerade für die Streams, die Skylands und Battle of Decay ist das Premium. Ich muss nur erstmal runterladen alles. Das kann also noch ein kleines bisschen dauern. Ich hoffe, ich werde bis zum 22. fertig. Am 22. wird 100%igen Livestream kommen. Und wenn nichts funktioniert von Minecraft, Battle of Decay muss ich noch packen. City Skylines muss ich nochmal runterladen. Das sollte aber technisch gesehen kein Problem sein. Ja, ich muss die ganzen Mods nur runterladen. Das ist ein bisschen nervig. Was haben wir sonst noch so? Der ist ultra leise, Leute. Ihr könnt, ich habe in City Skylines so ein kleines Städtchen gebaut. Absolut maximale Qualität. Überall was nur ging, habe ich reingeklatscht. Und es ging wunderbar. Wunderbar. Der hat keinen einzigen Pieps gemacht. Kein Lüfter, den man gehört hat. Nichts. Es war brutal. Also da war ich schon richtig cremig drauf. Das war echt Hammer. So, Nobby schreibt jetzt die Bahnstation. Am Spawn-Tunnel wurde weitergebaut. Sack. Da hat der gute Game Gang oder der Nobby natürlich weitergebaut. Nobby hat nämlich gefragt, ob wir nicht irgendwie Shops da reinbauen können. Ich habe gesagt, klar, warum nicht? Hallo. Auf. So, wunderbar. Oh ja. Wenn wir nämlich jetzt hier in... Nee. Wenn wir nämlich jetzt hier stehen, dann können wir nämlich hier die Treppe runtergehen. Und dann sind wir hier so einen komischen Gang. Und diesen Gang erreichen wir auch, wenn wir hier die Treppe runtergehen. Also runtergehen doch. Das ist nämlich diese Unterführung eigentlich, ja? Oi, Skelett. Ey, Skelett. Okay, hier sind wir. Ich bin übrigens gespannt. Das Video wird heute nicht so lange gehen, Leute. Das soll nur ein kleines Infovideo sein. Wo? Fragezeichen. Ja, das in Richtung Spawn. Wo ist denn das? Spawn-Tunnel. Bahn zum Spawn-Tunnel. Also hier das, oder wie? Da hinten sehe ich jetzt nichts. Bahnstation, aber Spawn-Tunnel. Achso. Ah, der meint da hinten, wenn wir beim Spawn sind, Leute. Oh, jetzt haben wir die ganzen Waldstädte. Wir dürfen also nicht sterben, sonst ist die Wahl wohl ungültig und ich werde gewählt. Nein, Spaß. Aber es wäre jetzt schon ganz so blöd, die wieder aufzusammeln oder generell rauszufinden, wer jetzt was gewählt hat. Keine Sorge. Auf jeden Fall, ich bin übelst genial angem... Oder ich bin generell angetragen von dem neuen PC. Ich denke, wir können einiges Neues erwarten, auch von der Performance her. Und wenn das jetzt echt nicht funktioniert, also wenn das jetzt nicht funktionieren sollte... Wir haben kein Essen dabei, das ist dumm. Dann sollte auch generell... Also ich meine, es kommt immer drauf an, wo oder wie entstehen die FPS. Einerseits kann man natürlich sagen, die Grafikkarte ist das Problem, andererseits der Prozessor. Aber in meinem Fall war es jetzt immer der Prozessor. Jetzt habe ich einen richtig guten Prozessor. Jetzt ist die Grafikkarte vermutlich die, die hinterher... Oh, warte, hier ist das Bond-Tunnel. Und der Punkt dahinter ist einfach der folgende. Die Grafikkarte, zum Beispiel, ich hatte 50 FPS in City Skylines. Aber so konstant. So 50 bis 60. Ich konnte das nicht verstehen, weil ich hatte eben wirklich nichts gebaut. Und dann habe ich mir so überlegt, woran kann das liegen? Vielleicht ist ja die Grafikkarte jetzt einfach übelst die, die, naja, rumholt. Und das kann aber auch nicht sein. Weil es war nur zu 32% ausgelastet und die CPU war auch nur zu 20% ausgelastet. Also habe ich mir überlegt, naja, vielleicht kann es daran liegen, dass ich ja über die Externe spiele. Und ich glaube, daran liegt das tatsächlich auch. Und deswegen kann ich erst sagen, wie gut es ist, was zum... Ah, wenn... Oh, oi, 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 oi. Das sieht aber noch ganz schön nicht so super gut aus. Also ihr habt das ein bisschen falsch verstanden, wie ich das gemeint hatte. Und zwar soll das hier so weitergehen. Weißt du, hier die Wand kommt auch weg. Dass wir hier so wirklich, sag ich mal, das Doppelte an Breite haben. Vielleicht auch das Dreifache an Breite von dem hier. Sonst finde ich das Prinzip geil. Also die Decke gefällt mir sehr, sehr gut. Echt schön. Ich schreibe das mal echt schön. Falls er das gemacht hat. Echt schön. Habt ihr gelesen? Echt schön. Naja, und das hier ist jetzt eben so die Bahnstrecke. Im Prinzip nice. Hier können auch keine Leute dran. Das ist verdammt unsymmetrisch, aber anders geht es aber irgendwie nicht. Ja, das ist wahr, aber wie gesagt. Ja, du musst es eben breiter bauen. Das ist der Punkt dahinter, würde ich mir meinen. Das ist der Punkt dahinter. Ja. So ist es. Ja gut, Leute. Auf jeden Fall, das war so eine kleine Info. Wie gesagt, die Wahldinger kommen. Ich schreibe das unten in die Kommentare. Ich pinne das einfach an, okay? Das ist sinnvollste. Ja gut, Nobby hat wohl weitergebaut. Nobby, 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 Nobby. So, jetzt gucken wir mal. Das wird mein neues Thumbnail. Okay, das. Ja, machen wir das mal. Machen wir das mal so. Komm mal hierher. Ach, der soll sich mal hierhin stellen. Einfach mal so hierhin. Perfekt. Und jetzt bleibt er hier so stehen. Wunderbar, Leute. Ey, das wird mein neues Thumbnail. Der Nobby ist jetzt mein Fotomodell. Ich mache das jetzt immer in den Episoden, dann habe ich weniger Arbeit. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich wieder. Es wird am Montag, ich wollte gerade überlegen. Warte, am Montag wird ein Unreal Engine Tartare kommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr welches. Ich glaube eher, das ging über Terrains. Also wie man Terrains behandelt. Und es werden jetzt wie gesagt weniger Videos kommen. Bis zum, ja, wie heißt es? Bis zum 22.11. Sorry, ich bin gerade durcheinander. Ich habe Kopfschmerzen. Bis zum 22.11. werden keine, also nicht mehr so viele Videos kommen. Aber ab dem 22.11. geht es wieder richtig los. Ich habe heute meine erste Klausur geschrieben. Sie war kacke. Weil die Lösungen des Skriptes falsch waren zum Teil. Und ich das nicht wusste. Und das auch keiner gesagt hat. Und deswegen habe ich eben die, ich sag mal, damit denen gelernt. Und, äh, aber es war positiver, als ich erwartet habe. Das heißt, es war kacke, aber positiver, als ich erwartet habe. Deswegen drückt mir auch die Daumen für die nächsten Klausuren, Leute. Ich hoffe mal, das wird. Und damit würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Sky. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei der Sky. 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 Vielen Dank.